Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Avatar Frontiers of Pandora Collectible Guide. Heute kümmern wir uns um alle 13 aeolischen Flöten, die wir im Spiel finden können. Insgesamt gibt es 17 Stück, aber die ersten vier, die gibt es ganz automatisch im Verlauf der Story. Also wenn du die Story verfolgst, wirst du auf jeden Fall die ersten vier bekommen. Und hier im Video behandeln wir jetzt eigentlich nur noch die letzten 13 Stück. Die erste findest du zum Beispiel hier im Bereich Avas Weite. Und generell machen wir das jetzt im Video so, dass ich dir natürlich immer noch mal auch auf der Karte die einzelnen Spots zeige. Und dann fliegen wir auch noch wirklich bis zur Flöte hin. Manchmal kann man die ein bisschen übersehen. Aber es ist auch so, grundsätzlich wirst du alle Flöten so antreffen können, beziehungsweise auch markiert bekommen auf der Map, sobald du in dem Areal schon mal irgendwie umhergeflogen oder umhergeritten oder gelaufen bist. Und von daher so ganz schwierig ist das nicht. Die nächste Flöte, die gibt es hier im Bereich Stufenhort. Da siehst du hier auch wieder eine Markierung. Wie gesagt, wenn du das Ganze hier einfach freigelegt hast, dann wirst du das auch relativ easy finden. Und hier siehst du so zwei Wasserfälle, die im Prinzip links und rechts an der Flöte vorbeigehen. Und dann musst du hier natürlich auch einfach nur mit dem Ganzen interagieren. Wie gesagt, es ist wirklich nicht schwierig. Und ich habe mir aber gedacht, ich mache dazu trotzdem noch einen Guide, damit es einfach komplett ist, was die einzelnen Sammelobjekte betrifft. Jetzt sind wir hier wieder im Bereich Stufenhort, beziehungsweise das Festtal. Und auch hier gibt es wieder eine Flöte. Schauen wir uns nochmal um. Da hinten sind so ein paar von diesen versteinerten Brücken und so weiter. Und hier unten, da findest du dann auch schon die nächste Flöte. Ja, wie gesagt, ist nicht wirklich schwierig zu bekommen, aber einfach, damit natürlich alles hier im Video drin ist. Als nächstes haben wir dann hier im Bereich das Festtal bei der Palifelle oder Palifelle oder wie sich das Ganze hier nennt, diese Brücke. Da direkt gibt es im Prinzip hier auch dann schon die nächste Flöte. Und da unten, da sind dann die sogenannten Wasserfälle, die wir gerade beschrieben haben. Dann haben wir als nächstes natürlich in dem Bereich hier oben rechts Höhenprärie auch wieder das Festtal in dem Teilgebiet hier. Purpur-Baumbiom, beziehungsweise da ist so ein Pferdekopfgebiet. Und da gibt es dann hier auch auf so einer Erhöhung wieder die nächste Flöte. Also die sind wirklich nicht schwer zu finden, die sind auch nicht großartig schwer versteckt und einfach nur dann hier immer damit interagieren, das Ganze drehen, so wie es angezeigt wird. Und dann sollte das kein Thema sein. Wir sind hier weiter relativ rechts im Bereich der Höhenprärie, hier am großen Stoßzahn. Und da gibt es hier rechts von diesem Stoßzahn, also so heißt ja dieses, so dieser große Berg, da gibt es dann hier auch die nächsten Flöten. Ja, ist überhaupt kein Problem, alles hier mitzunehmen und ja, damit haben wir auch schon die Hälfte an und für sich. Und gehen dann jetzt gleich weiter, machen die nächste Flöte auch hier weiter Höhenprärie. Du siehst auch, die sind relativ nah beisammen. Hier sind wir nämlich weiter am großen Stoßzahn. Gehen hier einfach nur auf die andere Seite und da gibt es nochmal so eine kleine Erhöhung auf dem, ja, am oder am Stoßzahn selber an diesem Berg. Und da auch nochmal als Orientierung hier einfach am roten Baum, da kannst du das Ganze finden. Ja, das ist auch nicht schwer, kann man relativ easy bekommen. Und dann machen wir uns gleich weiter in das nächste Gebiet, beziehungsweise auf die Suche nach der nächsten Flöte. Wir bewegen uns weiter Richtung Norden auf der Höhenprärie und sind jetzt hier im Bereich der zerschmetterten Brücken. Und hier gibt es unterhalb von einer dieser Steinbrücken dann auch direkt schon die nächste Flöte. Da hinten ist noch eine RDA-Außenstation, so ein Außenposten und einfach nur nochmal zur Orientierung, aber auch, wie gesagt, super easy zu bekommen. Alles überhaupt kein Problem. Ja, danach gehen wir dann weiter in das nächste Gebiet, auch weiter hier oben in Richtung Norden. Das ist noch im Bereich der zerschmetterten Brücken, aber du siehst hier schon, das ist schon eher hier so Steinblüte, beziehungsweise, ja, da, wo die Flüsse hier entlang gehen. Und da gibt es dann hier hinten auch nochmal so eine Außenpostenanlage und hier gibt es dann aber auch gleich, ja, schon die nächste Flöte. Als nächstes gehen wir dann weiter und sind jetzt hier Richtung Westen, Nordwesten unterwegs und da ist hier erster Sakru. Das ist nochmal so ein großer Fels im Wasser und da waren wir ja auch schon bei dem einen oder anderen Collectible unterwegs gewesen, wo wir zum Beispiel die Totems gefunden haben und so weiter. Und da gibt es dann hier unter anderem natürlich auch noch eine Windflöte zu finden. Wir machen weiter, gehen wieder ein bisschen weiter nach unten und sind jetzt hier im Bereich Mutter der Flüsse und da gibt es direkt hier an diesem schrägen Baum, der so ein bisschen über den See ragt, unten am Boden, da gibt es dann die nächste Windflöte. Hier musst du nur aufpassen, es kann sein, dass du hier auch angegriffen wirst aus Tieren in der Luft, von daher, ja, aber das sollte überhaupt kein Problem sein. Dann machen wir weiter, gehen hier wieder ein bisschen Richtung Westen und haben hier im Bereich von dem Schwingenberg die nächste Flöte, die ist so ein bisschen ja an dem Bergrücken und da siehst du auch hier, da links unten, da ist das Ganze schon. Und die letzte Windflöte, die wir jetzt noch finden müssen, um dann insgesamt mit den vier Stück aus der Story, 17 Stück von den Windflöten freigeschaltet zu haben, die findest du auch hier ganz in der Nähe. Da gibt es hier nochmal so ein kleines Feldlabor auch. Wie gesagt, das ist hier auch, siehst du am Schwingenberg direkt wieder dran, also es ist alles nicht weit voneinander weg. Und wenn du dann die letzte Flöte auch noch sozusagen ausgerichtet hast, mit der interagiert hast und abgeschlossen hast, dann bekommst du auch die entsprechende Trophy. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen, wenn du weitere nützliche Tipps rund um Avatar Frontiers of Pandora suchst, dann folg doch einfach einem der Videos. Also hau rein, mach's gut!